Moin, Dickermann-Filme, der Cora hier. Heute wieder mit... Nein, 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 nicht wieder. Heute kommen wir die Gewinner unseres Gewinnspiels bekannt. Ein Sendeschluss war vor anderthalb Wochen. Mittlerweile ist alles sortiert und die Gewinner wurden gezogen. Und das sind... Und an dieser Stelle möchte ich euch bitten, wenn ihr zu den Gewinnern zählt, meldet euch bitte noch einmal bei uns. Für die Versanddetails, weil einige Preise sind digital, einige sind nicht so digital. Wir müssen solche irgendwie zukommen lassen. Also, unsere Gewinner sind... Nummer 1. CubeGuy aka Redefluss. Herzlichen Glückwunsch. Barbara Lörzer? Lörzer? Entschuldige, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Draffila? Dann noch... Nano? PainEvil? Und Uwe Techel? Techel? Ja, auch an dich ein... Tut mir leid, falls das falsch ausgesprochen war. Nun, ihr 6. Möget euch bitte noch einmal bei uns melden mit kompletten Versanddaten. Und da können wir euch eurer Preise auch zukommen lassen. Beziehungsweise Versanddaten oder Steam-ID. Beides. Im Idealfall. Nun denn. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Cora von Digger Mann Filme. Und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.